Leute, ungelogen, viele wissen das nicht, aber sie ist sogar Modell, ja, sie hat sich seit wie vielen Jahren, seit drei, vier Jahren, oder? Bist du in der Agentur? Ah ja, seit dem kurzem. Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Sie mordet nicht mehr wirklich, weil die einfach alle meint, sie hätte so einen großen Arsch. Jo. Ja, das ist so. Die sagen mir halt immer so, jo, nimm ab, aber ich weiß halt genau, das ist halt wegen meinem Arsch. Sie ist so skinny, ne? Aber nur, sie hat halt nur einen fettigen Arsch. Deswegen wird sie nicht mehr genommen. Richtig traurig eigentlich. Aber behalte ja immer noch mal.